Jo, hi Leute, hier ist Pitbull. Wir sind jetzt hier am Bahnhof Mitte und warten auf einen Zug. Wir sind gerade gerannt, weil wir dachten, wir verpassen den Zug. Und jetzt geht es erst einmal zu den Schwiegereltern. Das ist meine Frau, meine Tochter und mein Sohn. Was habt ihr zu machen bekommen? Zeig das mal bitte. Warte. Mal runter, mal runter. So, hier. Das sind die. Die haben die bekommen. Das sind solche Leuchtschuhe, keine Ahnung. Und ich? Wofür nicht? Könntest du wieder rumtrennen? Dann hat mein Sohn seine Schuhe. Nee, jetzt sind sie wieder gleich. Wechselte Farbe. Das ist auf jeden Fall. Ich habe von meiner Frau ein Küffelstür bekommen. Und ein Parfüm. Meine Frau hat von mir auch mal bekommen. Zwei Gestütz. Neue Gamax. Und was anderes als auch noch bekommen? Einen Kuss. Auf jeden Fall, Leute. Wir wünschen euch einen frohen Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten wünschen euch. Frohe Weihnachten. Und feiert schön. Tschüss. Ob heute noch irgendwas kommt? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist Moni. Also, Leute. Bis es denne. Wir haben euch ganz doll lieb. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö.